Wolfgang Amadeus Mozart an seine Gattin Wien den 8. Oktober 1791 Samstags nachts um halb elf Uhr Liebstes, bestes Weibchen Mit größtem Vergnügen und Freude Gefühle fand ich bei Zurückkunft aus der Oper deinen Brief Die Oper ist, obwohl Samstags Allzeit wegen Posttag ein schlechter Tag ist, mit ganz vollem Theater, mit dem gewöhnlichen Beifall und Repetitionen aufgeführt worden Morgen wird sie nachgegeben, aber Montag wird ausgesetzt Folglich muss Süßmeier den Stolldienstag herumbringen, wo sie wieder zum ersten Mal gegeben wird Ich sage zum ersten Mal, weil sie vermutlich wieder etliche Mal nacheinander gegeben wird Jetzt habe ich eben ein kostbares Stück Hasen zu Leib genommen Welches mir der Primus, welcher mein getreuer Kammerdiener ist, gebracht hat Und da mein Appetit heute etwas stark ist, so schickte ich ihn wieder fort, mir noch etwas, wenn es möglich ist, zu bringen In dieser Zwischenzeit fahre ich also fort, dir zu schreiben Heute früh habe ich so fleißig geschrieben, dass ich mich bis halb zwei Uhr verspätet habe Lief also in größter Eiler zum Hofer, nur um nicht allein zu essen, wo ich die Mama auch antraf Gleich nach Tisch ging ich wieder nach Hause und schrieb bis zur Operzeit Leitgeb bat mich, ihn wieder hineinzuführen und das tat ich auch Morgen führe ich die Mama hinein Das Büchel hat ihr schon vorher Hofer zu lesen gegeben Bei der Mama wird es wohl heißen, die schaut die Oper, aber nicht die hört die Oper NN hatten heute eine Loge Sie zeigte über alles recht sehr ihren Beifall, aber er, der aller Feind, zeigte so sehr den Bayern, dass ich nicht bleiben konnte oder ich hätte ihn einen Esel heißen müssen Unglückseligerweise war ich eben drinnen, als der zweite Akt anfing, folglich bei der feierlichen Szene Er belachte alles Anfangs hatte ich Geduld, ihn auf einige Reden aufmerksam machen zu wollen Allein er belachte alles Da war es mir nun zu viel Ich heiße den Papageno und gehe fort Ich glaube aber nicht, dass es der Dalk verstanden hat Ich ging also in eine andere Loge, worin sich Flam mit seiner Frau befand Da hatte ich alles Vergnügen und da blieb ich bis zu Ende Nun ging ich auf das Theater bei der Arie des Papageno mit dem Glockenspiel Weil ich heute so einen Trieb fühlte, es selbst zu spielen Da machte ich nun den Spaß, wo Schikaneda einmal eine Haltung hat, so machte ich ein Arpeggio Der erschrak, schaute in die Szene und sah mich Als es das zweite Mal kam, machte ich es nicht Nun hielt er und wollte gar nicht mehr weiter Ich erriet seine Gedanken und machte wieder einen Akkord Dann schlug er auf das Glockenspiel und sagte Halsmaul Alles lachte dann Ich glaube, dass viele durch diesen Spaß das erste Mal erfuhren, dass er das Instrument nicht selbst schlägt Übrigens kannst du nicht glauben, wie charmant sich die Musik ausnimmt In einer Loge, die nahe am Orchester ist, viel besser als auf der Galerie Sobald du zurückkommst, musst du es versuchen Die Stunde schlägt Lebe wohl Wir sehen uns wieder Vielen Dank Applaus Vielen Dank Applaus Vielen Dank Applaus Vielen Dank Applaus Vielen Dank